Ja, hallo und herzlich willkommen zu AgeBot To End All Wars, eine kleine Strategie, Diskussion, Besprechung über die aktuelle Multiplayer-Runde, die bei dem historischen Gamer Tortuga Power und XTRG läuft gerade. Das sind drei englischsprachige YouTuber, die eigentlich nur Strategiespiele machen. In der anderen wird es sich auch mal gehört haben. Und die haben auf jeden Fall jetzt vor kurzem eine Multiplayer-Runde angefangen für dieses To End All Wars hier, weil ich mal auf meinem Kanal auch gespielt habe. Der eine oder andere wird sich daran erinnern. Und spielen jetzt gegeneinander. Und der XTRG, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, der spielt auf jeden Fall die Deutschen, die Central Powers mit Österreich und das ganze Zeugs. Ist wohl auch ein sehr, sehr erfahrener Spieler, muss wohl sehr, sehr stark sein. Deswegen der auch gezwungen ist, in dem Spiel den Schliefenplan gleich zu machen. Und der Story Gamer spielt Russland, also die East Entente und die West Entente, wenn England dazukommt und sonst nur Frankreich erst mal, wird von Tortuga Power gespielt. Das ist die Runde, die läuft. Und was möchte ich jetzt hier in diesem Video machen? Ich möchte natürlich nichts spoilern, was die Jungs da anstellen und so. Nur das, was bekannt ist aus den Videos, werde ich bereden. Und wer hat XTRG, was der Deutsche quasi macht, werde ich komplett ignorieren. Damit nichts gespoiler wird für irgendeinen, der vielleicht nur einen Teil der Serie gucken will, falls das einer schaut. In jedem Fall möchte ich mir jetzt hier angucken, was sind die Sachen, die die jetzt machen für Strategien. Was wissen wir schon, was er macht? Die Informationen, die wir eben von Historical Gamer und also von der Entente quasi bekommen haben über den Feind. Was wissen wir da? Und was sind deren Pläne? Und dann vielleicht meine eigene Idee darüber diskutieren, was man machen könnte, um da ein bisschen gegenzuhalten. Das möchte ich jetzt hier quasi in diesem Video diskutieren. Also ich bin nicht Teil an dieser Multiplayer-Runde, ich bin nicht Mitglied davon oder irgendwas. Ich gucke die Serie halt nur und finde das Thema sehr spannend. Und deswegen wollte ich einfach mal da reinschauen und dann zwei, drei Sachen diskutieren dabei. So, fangen wir erstmal damit an. Also dadurch, dass die Central Powers eine sehr erfahrene Spiele haben, wie die beiden sagen, ist es so, dass der gezwungen wurde, den Schliefenplan durchzuführen. Also man kann ja am Anfang vier Kriegspläne, wenn ich mir richtig erinnere, auswählen. Und die Auswahl des Kriegsplans bestimmt halt, wo zum Großteil eure Anfangsarmee steht, welche Kommandeure ihr wo habt oder welchen Boni die haben und wie viel Eisenbahn ihr da benutzen dürfen in der ersten Zeit und so weiter. Also der Anfangsplan, der bestimmt schon eine ganze Menge von eurer strategischen Ausrichtung. Also er hätte ja zum Beispiel, im Grunde genommen sind die Pläne entweder nach Frankreich rushen mit Schliefen oder eben nach Russland rushen oder hier unten aushelfen oder sowas. Also im Grunde genommen ist der schon sehr wichtig, weil wenn ihr jetzt einen Plan wählt, wo ihr eure Mähe, sagen wir mal, nach Frankreich alle packt und der Russe wählt einen Plan, wo er sich in Russland nur verteidigt, dann hat er in Deutschland eine super Karte. Jetzt ist aber nun so, dass wie gesagt, die Central Powers, weil er so viel mehr Spielerfahrung hat, gezwungen ist, den Schliefenplan zu machen und sie anderen flexibel darauf reagieren konnten. So, was ist der Stand der Dinge im Moment? Wir haben, glaube ich, für Österreich den Konradplan, haben die, glaube ich, gesagt. Ich bin jetzt nicht so versiert darauf, was das bedeutet, aber die haben gesagt, wenn mir die Erinnerung ist, der Konradplan meint, dass die österreichischen Truppen an der Grenze zu Russland dann zum Großteil stehen und dann eben nach Russland wahrscheinlich wollen. Müsste nochmal nachgucken, wie weit das stimmt, aber ich kenne mich da auch nicht aus historisch. In jedem Fall scheinen die österreichischen Truppen hier zu sein und die deutschen Truppen durch den Schliefenplan, das bedeutet, dass acht Armeen hier vorne aufgestellt sind. Ich glaube, drei hier unten für die Verteidigung und fünf hier oben, um nach Belgien zu gehen, also hier wahrscheinlich in dem Bereich. Niederland ist ja, glaube ich, nicht in Begriffen dabei. Das ist die Ausgangslage. Der russische Spieler hat sich für den Plan Berlin entschieden, was bedeutet, dass die russischen Armeen alle wohl aggressiv hier aufgestellt werden, so dass der eben schnell nach Berlin rushen kann. Die Idee von historischem Gamer und Tortuga-Power war, so ich das in der Diskussion zumindest verstanden, war, dass der Franzose sich halt hier vorne gegen Schliefen quasi verteidigen will, gegen den Schliefenplan. Und um den Druck halt von ihm runterzunehmen, der durch Deutschland ausgeübt wird, soll der Russe eben nach Berlin gehen und für der Deutsche eben Truppen abzieht, um Berlin zu verteidigen. Inwieweit das funktioniert, kann ich nicht sagen. Klingt auf den ersten Blick erstmal gut. Ich glaube aber, dass der Deutsche durch den Schliefenplan Eisenbahnkapazitäten stark eingebüßt hat, so dass er seine Truppen gar nicht bewegen kann, schnell von der Front nach die Front, um darauf zu reagieren. Und da wird es wahrscheinlich keinen großen Einfluss haben. Was aber auch nicht schlimm ist, weil wenn der Berlin erobert, der Russe, ist das auch eine schöne Sache. So, ich denke, der Deutsche hat sich aber deswegen für, oder der Österreich hat sich für den Konradplan dann hier unten entschieden, wenn das wirklich der ist. Einfach um ein bisschen auf diese, hat damit gerechnet, dass der historische Gamer das machen wird. Und hat dann, also die Pläne tut man halt, gleichzeitig wählen. Man weiß nicht, was andere gewählt hat. Außer, nachher wird es angesagt, was gewählt wurde. Aber dann hat man selber auch schon gewählt. Und der Österreicher hat sich mit dem Plan wohl entschieden, wo die Truppen hier vorne stehen, um nach Russland zu gehen. Wahrscheinlich einfach, wenn der Russe nach hier geht, dass er die Supply-Linien hier kappen kann, um dann eine Bedrohung aufzubauen. Das ist die Idee. Nun weiß ich aus meinem alten Let's Play, dass das Supply-Linie-Kappen nicht funktioniert in dem Spiel, wo ich mir das vorgestellt hatte. Also wenn man jetzt, sagen wir, der Russe geht jetzt nach Berlin hier vorne mit den ganzen Truppen. Und man macht dann hier oben aus Österreich einen Cut-Off in irgendeiner Form. Dann werden hier auch noch ein paar deutsche Truppen sein. Dann machen hier einen Cut-Off einen schnellen. Und dann werden die hier nicht verhungern, einfach weil die hier genug Nachschub für die gesamte Armee herstellen. Ich habe den Eindruck gehabt, dass das ein bisschen übertrieben viel war in dem Spiel. Man wird wahrscheinlich Munition verlieren, aber die Russen haben eh nicht so viel Artillerie. Also Munition muss wahrscheinlich aus dem Hinterland gebracht werden. Also Munition, Nachschub wird unterschieden in dem Spiel und wird auch in verschiedenen Stellen hergestellt. Und hier wird man auf jeden Fall jede Menge Nachschub bekommen. Ich habe das ja auch mal versucht abzukappen. Von daher, also wenn das die Idee ist, ich weiß nicht, ob der deutsche Spieler das vorhat, aber wenn die Russen wirklich hier einfach wie so ein Nadelöhr da durchgehen nach Berlin, um so schnell und so viel Stress wie möglich zu machen und der Österreicher will das dann dadurch kauten, dass er hier einen Cut-Off macht und der Nachschub weggeht von den Russen, das wird nicht funktionieren. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Von daher denke ich, dass der Deutsche tatsächlich so eine gute Aufstellung gewählt hat, um den Berlinplan ein bisschen zu kontern damit. So, ich will auch nicht zu viel diskutieren, was in den anderen Fronten los ist. Mir geht es jetzt am Anfang, weil die Hauptaction hier vorne ist eigentlich auch um die Front. Da werden wir jetzt mehr drüber reden. Es gibt wahrscheinlich eine Menge Sachen, die man noch sagen könnte, was sonst an dem Krieg hier vorne läuft in Serbien und wie ist das mit dem Osmanischen Reich, man hat die zweite Front auch, was ist das in den Übersehen, die Kolonien. Also man könnte das wahrscheinlich gut endlich lange diskutieren alles, aber wir machen das mal jetzt, weil der Schliefenplan ist ja ziemlich, dass hier die Action am Anfang ist. Deswegen wollte ich das hier ein bisschen fokussiert diskutieren. Ja, fangen wir mal damit an. Schliefenplan, also was genau bedeutet es, es bedeutet halt, dass der Deutsche acht Armeen an der Front hier vorne aufgebaut hat. Ich bin nicht ganz sicher, wie die Aufstellung ist. Ich glaube, hat man mich zu erinnern, dass ungefähr so drei Armeen hier unten ist und fünf Armeen des Deutschen stehen hier vorne. Und der Schliefenplan gibt euch, glaube ich, auch einen Kriegsgrund oder irgendeine Möglichkeit, dass ihr halt besonders schnell hier durchkommt. Ihr kriegt, glaube ich, dass eure Generäle irgendwie dauernd aktiviert sind für den Anfang. Also für die Spielmechanik, die ich kenne, je nachdem, was die eingestellt haben für die Regel. Da muss ich nochmal nachgucken. Es ist aber so, dass ihr, die Generäle brauchen, haben halt gewisse Ratings, strategische Ratings. Und die müssen halt dann würfeln, ob eben aktiviert wird der General in der Runde oder nicht. Das heißt, ihr könnt ihn zwar befehlen, dass er von da nach da geht, aber wenn der strategische Rating zu gering war und er würfelt halt dann schlecht, dann geht er halt nicht von da an da, sondern bleibt da einfach stehen. Und das geht sogar so weit, je nachdem, wie man die Regeln einstellt, dass ihr das wisst, dass er das in einer Runde macht oder ihr wisst es eben nicht, dass der das in einer Runde macht. Das ist wirklich ein ganz deutliches Spiel gemacht. Ich glaube mal schon, dass sie das eingestellt haben alles. Ich gehe da jetzt einfach mal in einer Analyse davon aus, dass sie die Regeln auf die schwierigste, realistischste Einstellung vorgenommen haben. In dem Let's Play. So, was bedeutet das? Das bedeutet, aber trotzdem, dass sie keinen Nachteil haben, die Deutschen, wenn sie den Schliefenplan nehmen, sind, glaube ich, die Truppen am Anfang für die ersten paar Monate immer aktiviert oder sowas. Und sie haben auch besonders gute Generäle am Anfang, die verschwinden, glaube ich, auch noch ein paar Monate, die man dann nutzen will, um eben diese Mobilität, die man dann hat, die man in aller Regel nicht sonst hätte, zu nutzen. Von daher denke ich schon, dass der hier am Anfang auch durchrushen wird, wie der Schliefenplan das vorsieht. Man könnte jetzt natürlich unterstellen, der Deutschspieler könnte jetzt, er hat seinen Stiefenplan gewählt, aber er könnte jetzt einfach die Truppen mit der Eisenbahn vielleicht dann an die Russlandfront bringen. Wenn der Russe halt mit allen nach Berlin läuft, ist er halt auf deutschem Boden und kann super vernichtet werden oder so ein Zeugs. Das geht aber, glaube ich, auch nicht, einfach weil die Pläne nehmen euch die Eisenbahnkapazitäten für den Transport eurer Truppen weg, für das erste halbe Jahr oder so, irgendwas um den Dreh. Das soll eben auch hindern, dass man genau das macht, denke ich. Aber der Deutsche könnte kleine Truppenverbände wohl rüberbringen an die Ostfront, wenn er wollte. Meinetwegen auch hier unten hin, um hier durchzugehen. Aber im großen Umfang kann er die nicht transportieren. Und daher denke ich mal, dass er wirklich Schliefenplan noch durchführt und hier oben durchrascht. So, nun gibt es noch eine extra Regel in dem Spiel, wo man, wenn man viele Truppen durch einen Sektor bringt, dass sie sich gegenseitig im Weg stehen, was ja auch realistisch ist. Die machen halt Schlammstraßen, werden dann quasi erstellt durch die Truppen, die vormarschieren. Und je mehr Leute auf der Straße sind, desto mehr Staus habt ihr. Das ist ja völlig natürlich. Was einfach bedeutet, dass, wenn hier oben wirklich fünf Armeen nach Belgien wollen, ich glaube nicht, dass der Deutsche mit seiner Truppe hier durchmarschieren wird mit den fünf Armeen. Ich glaube schon, dass der auch den Niederlanden den Krieg erklären wird und wird auf breiter Front vorrücken. Das hat halt den Vorteil, dass er einfach schneller Truppen hier rüberbringen kann. Also er kann halt, wie gesagt, hier nicht schnell durch mit Riesenverbänden oder auch Verstärkungen, wenn er eben nur diesen einen einzigen Sektor hat. Plus eben, wenn schlechtes Wetter ist, niemals nur über Fluss gehen, vielleicht sogar wieder eine Schiene haben, haben wir kaputt gemacht von jemandem. Das sind alles wirklich auch Risikofaktoren. Und ich denke, dass irgendwie drei von den fünf Armeen wahrscheinlich auch hier einfach Schlange stehen werden, wenn sie da durch will. Und da gehe ich zwar aus, dass der deutsche Spieler massiv schnell hier durchwaschen will, um alle Vorteile der Generäle und so zu nutzen im Early Game. Und eben auch, dass die Gegner weniger Eismann haben und weniger schnell mobil sind. Das wird ja alles nutzen oder durchwaschen, denke ich schon. Plus eben, je schneller man hier durchgeht, desto weniger Zeit hat der Engländer, sich hier vorne in Frankreich aufzustellen. Der ist ja noch nicht im Krieg am Anfang bei, aber ich glaube, es passiert instant, wenn er durch Belgien geht. Rape of Belgium oder so heißt das Ereignis, was dann kommt. Und von daher will er hier schnell durch, einfach um die Aufstellung der Gegner zu verhindern. Die haben auch Eisenbahnprobleme. Der Engländer muss sich erst hier reinkommen und dann aufstellen. Das will er alles nutzen. Aber eben, um hier schnell durchzukommen, denke ich, wird er dann eben hier oben auch den Krieg erklären und wird hier über die breite Front erobern. Das ist ja nicht so schwer. Und dann hat er tatsächlich hier unten diese Schiene zum Rübergehen. Und bei Maastricht kann er auch rübergehen. Ich weiß nicht, inwieweit, dass so hier jetzt ein Problem ist, aber wenn er von da nach da rüber geht, dann muss er eben einen Trupp hier rüber schicken und einen hier rüber schicken. In jedem Fall wird er hier aggressiv, wird er auf breiter Front durchgehen, damit er beide Schienen, beide Straßennetze benutzen kann. Er wird eingehend im Spiel nie eine gute Idee, ganz nebenbei. So, das ist also wahrscheinlich das, was wir erwarten können. Die deutsche Armee rusht auf breiter Front hier oben durch, alle Stiefenplane, ein bisschen ausgefächerter vielleicht. Und dann wird er hier oben antanzen mit mindestens fünf Armeen, vielleicht sogar auch mit sechs oder sieben Armeen, lässt er unten nur eine für die Defense stehen. Das kann man hier relativ gut verteidigen. Mein Let's Play habt ihr das vielleicht gesehen. Ich habe genau hier nämlich verteidigt, als ich damals die Central Powers gespielt habe. Und die Festungen halten ja auch nochmal den Gegnern um ein weiteres auf. Also ich denke, dass das die Idee, was wir erwarten werden können vom Deutschen sein wird. So, wie funktioniert das jetzt hier? Was sind jetzt hier vorne die Vor- und Nachteile? Was kann man hier vielleicht anstellen ein bisschen? Ich versuche jetzt mal auch technisch, strategisch und Sachen ein bisschen rauszulassen. Es geht wirklich eigentlich eher in diese Diskussion jetzt in die ersten Kriegsmonate, denke ich. Und nachdem wir jetzt wissen, was der Deutsche machen wird, was wir erwarten können, ungefähr vom Umfang, was kann man denn jetzt machen, wenn man die Western Tonte spielt und möchte nicht überrannt werden im Early Game? Ich denke, am Anfang kann man eigentlich nur die Stellung halten. Historisch war das wohl so, weil ich in dem Buch gelesen habe, dass die Franzosen tatsächlich auch viel, viel häufiger angegriffen haben, als gehalten haben und deswegen auch ein sehr schlechtes Ratio hatten, also im Sinne von Verlusten. Wenn die Deutschen sehr häufig auf den Angriff gewartet haben und dann eine Counterattack gemacht haben, wenn die nicht mehr eingegraben, wenn die Gegner verletzt waren, eine Munition schon vergescheutet war von der Adlerie und so weiter. Ich glaube, das werden wir hier so nicht sehen, würde ich hier auch nicht empfehlen. Ich würde genau das empfehlen, was die Deutschen damals gemacht haben für die Franzosen. Ich würde mich halt eingraben und würde den Gegner halt sich exhausten lassen. Und wenn ich halt diese Exhausten, also erschöpfen meine, meine ich jetzt genau, wie ich das sage. Man will, dass der Deutsche einen angreift, einfach weil der dann die Munition rankamen muss aus dem Hinterland, der Nachschub aufgebraucht wird, die Cohesion runtergeht und dann kann man überlegen, ob man Counterattacken möchte. Ist die Frage, ob man da irgendwas von hat, weil ob man nun hier verteidigt oder da oben verteidigt als Franzose, ist, glaube ich, völlig egal in dem Sinne. Die Siegpunkte sind nicht so relevant, am Anfang. Also am Anfang ist es so, dass man, glaube ich, eh mehr Siegpunkte ticken hat als die Central Powers. Und der Gegner kriegt hier oben auch nicht viele Siegpunkte. Also die in Frankreich gibt es, glaube ich, 50 Siegpunkte in Paris und zwei Siegpunkte in irgendeiner anderen Stadt. Das ist nicht so dramatisch wichtig da. Also da ist es nicht so wichtig, wo man wo verteidigt. Jetzt kann man sich allerdings die Nachschubs-Map mal angucken hier. Die Idee, das Nachschubssystem, ich fand das nicht besonders gut erklärt, aber in der Anleitung steht halt, dass man dreimal Nachschub ziehen kann pro Runde. Also im Sinne von, jeder Einheit kann nur drei ziehen, daraus schließe ich jetzt einfach mal, dass die meinen, dass man drei Nachschub-Depots ziehen kann. Also was weiß ich, wenn dann, ich gucke gerade, Depots. Wie werden nochmal Depots angezeigt? Ist das, wenn die blinken? Ich glaube, alle blinkenden Sektoren sind Depots. Das heißt also, wenn ich hier in Sedan das Depot Nachschub ziehen will, dann müsste das eins, also ne, von hier, eins, ich weiß nicht, wie die das zählen. Also ein Nachschub ziehen, zwei Nachschub ziehen, drei Nachschub ziehen. So müsste das, glaube ich, funktionieren. Die Anleitung ist da sehr, sehr uneindeutig. Das ist ja nur das wichtigste System überhaupt im gesamten Spiel. Aber ich glaube, so funktioniert das. Drei Puls machen hier auf jeden Fall. Da steht da eindeutig, das habe ich eben nochmal nachgelesen. Und das bedeutet einfach, wenn der Deutsche jetzt einen Nachschub haben will aus dem Hinterland, dass er tatsächlich den hier oben durchfädeln muss. Und der, der Anzahl des Nachschubes, den er durchfädeln kann, hängt von der Größe der Strukturen ab, die da sind. Und dann ist halt die Frage, wie groß ist der Nah... Ja, bei Maastricht kann man nicht reingucken, oder? Doch, hier vorne. Also die Größe der Struktur, hier zum Beispiel 12 Nachschub, ja. Maastricht hat 12 Nachschub. Und ich glaube, in der Anleitung stand, ich weiß nicht mehr, ob das ein Faktor von 3 oder irgendwas war. Auf jeden Fall, diese Größe bestimmt, wie viel Nachschub dadurch gefädelt werden kann. Also es kann sein, dass das 12 ist oder 36 aus dem Hinterland kommen kann. In jedem Fall, worauf ich hinaus will, ist, die Nachschubslage hier vorne ist halt so gemacht, dass der Deutsche tatsächlich Nachschub vor Ort erobern müsste, Nachschubsproduktionszentren, wenn der 5 bis 6 Armeen oder mehr im Feld versorgen will und die wächst ja auch an über den Zeitverlauf. Das heißt also, wenn er wirklich hier kämpfen will, dann muss der Nachschubzentren erobern, weil die durch Deutschland einfach nicht ausreichend schnell hier durchgeht. Insbesondere nicht, wenn er doch keine Niederlande nehmen würde. Ich glaube, es gibt halt keine Möglichkeit, in der Niederlande vorbeizukommen. Das muss er einfach mit einnehmen, weil den Nachschub hier unten durchfädeln, auch das noch bei schlechtem Wetter über dem Fluss und so weiter. Das wird nicht funktionieren, wenn er 5, 6 Armeen da reinbringt. Also Niederlande wird der absolute Key für ihn sein, wenn er hier einen großen Krieg führen will, denke ich. So, jetzt haben wir jetzt also die Lage, was der Deutsche anfängt. Ja, wie ist das denn mit der Nachschubslage vor Ort? Ich habe das schon ein bisschen angeguckt, aber im Grunde genommen läuft das so über, wo eine große Zahl ist. Also Großstädte produzieren mehr Nachschub und zum Beispiel Brüssel hier vorne, 84 Nachschub, Depot Nummer 6, also hier wird 90 Nachschub produziert, Lille hat glaube ich sogar noch mehr, 108 genau, also nicht immer wohl Größe ist gleich Nachschub, aber in jedem Fall produzieren die hier ganz viel, also hier vorne gibt es mehr Nachschub als da, aber die machen riesen Nachschubzentren und damit kann man schon ganz Armeen fast versorgen im Feld, nicht unendlich viel, aber ein Großteil und der Rest kann da wirklich durch diese Bottlenecks hier oben reingebracht werden. Also von daher ist es für den Deutschen ultra wichtig, dass der halt Sachen beobachtet wie Brüssel, Leach oder Lille, ganz, ganz wichtig. Witzigerweise hat Calais kaum Nachschub, da war ich überrascht. Sedan, weiß ich gar nicht, was da was gibt. Muss man mal richtig draufklicken. Mit Control kann man das machen, aus irgendeinem Grund. Sedan, jetzt geht's, okay. Ja, auch ein bisschen, also es läppert sich auch, aber man sieht so ein bisschen, also die Großstädte muss erobern, die Kleinstädte erobern und dann kann er halt hier vorne mit der Armee erst arbeiten, soweit. Das bedeutet auch gleichzeitig, Munition ist ja auch, muss auch transportiert werden, ist dasselbe Problem, dass er erst hier vorne vorrücken kann, wenn er das Hinterland gesichert hat. Das heißt, wenn wir jetzt den Franzosen spielen, haben wir halt relativ viel Zeit, um Beteiligungsstellungen vorzubereiten, um vielleicht auch hier oben mal anzugreifen und so ein Zeugs. Also nicht wir, sage ich, ich spiele ja nicht mit, aber wenn ich Franzosen spielen würde, würde ich mir halt denken, ich habe halt einige Monate Zeit, bevor es hier Action gibt. Das wäre halt so meine Idee. Plus noch ein bisschen mehr, weil hier ist halt auch eine Festung, die muss der Gegner erst erobern, um da Supply pullen zu können. Das ist auch nochmal so ein Punkt. Jetzt ist halt die erste Frage, will man vorgeschoben verteidigen? Will man vielleicht sogar nach Belgien rein und Belgien verteidigen, also Zweiter Weltkrieg und so ein Zeugs. Will man das machen, lohnt sich das. Das Ding ist, ihr müsst Verteidigungsstellungen ausheben. Das dauert ein paar Runden, bis ihr das ausheben. Am Anfang sind es geringe Level, später im späteren Verlauf höhere Level. Also ich würde hingehen und würde in jedem Fall, unabhängig ob ich vorne oder hinten verteidigen will, würde ich als Franzose mir hier einen Slot suchen, in die ich als interessant als gut verteidigbar interpretieren würde. Ich gucke jetzt mal gerade. Calais hat halt eine Schiene, ne? Ja, also ich habe halt ursprünglich überlegt, ob man hier unten an der Seine verteidigen will oder ob man hier oben an der Somme verteidigen will. Man könnte Milizen ausheben, die einfach hier unten schon mal Bunker ausheben, Bunker, also Gräben ausheben. Also ich würde zum Beispiel in Paris, würde ich in jedem Fall schon mal mindestens einen Trupp haben, der hier Befestigungen aushebt. Ich würde mich nicht in Paris Festung verteidigen, würde wirklich hier Festung ausheben und den Übergang direkt verhindern. Also hier würde ich definitiv einen Festungsring hinbauen. Ob hier vorne Festungsring hinbauen würde, weiß ich nicht. Also ich würde hier bei Kane, wo der Übergang ist, da würde ich auch einen hinbauen. Hier kann man ja immer noch später hinbauen, dass dann ein großer Angriff kommt. Den kann er auch nicht versorgen. Das halte ich für unwahrscheinlich. Also ich würde hier eine Milizien bauen, die Gräben aushebt. Hier vorne an den Kieschstellungen würde ich Gräben ausheben. Das heißt nämlich, dass da die Armee steht. Das heißt nur, dass da kleine Miliztruppen sind, die eben die Gräben ausheben. Das würde ich, glaube ich, machen am Anfang. Aber würde ich dann wirklich da hinten verteidigen, wenn die Gräben da sind, kann man ja in die Gräben zurückfallen. Das würde ich mir als Option geben. Das wäre Schritt 1. Schritt 2 wäre wahrscheinlich dann, so nah wie möglich meine Armee hier oben zu haben. Einfach weil ihr ja nicht wisst, geht er mit einer Armee nach Belgien, erobert das langsam, weil der Hauptteil seiner Armee das hier oben erobert, plus er fährt sogar eine Armee nach Osten. Ihr wisst ja nicht, was da Sache ist. Eventuell ist es ja wirklich so, dass er das da oben raschen will mit 3 bis 4 Armeen und es geht nur 1 bis 2 Armeen nach Belgien, so dass ihr tatsächlich hier eine lokale Überlegenheit in den ersten Kriegsmonaten habt. Und wenn ihr euch dann hier hinten aufstellt, könnt ihr halt nicht rein, die zerschlagen, die deutsche Armee. Also da würde ich mir schon die Option geben und würde mich hier oben aggressiv aufstellen und dann aber auch gucken, dass ich da hinten so viele Informationen wie möglich irgendwie sammle. Und ich weiß nicht, wie das ist, Matahari und was nicht alles. Es gibt ja Spionageeinheiten hier auch und Flug reinflattern und vielleicht Ereignisse zum Scouten. Ich weiß nicht, welche Möglichkeiten man jetzt als Westentonte da alles hat am Anfang. Aber ich würde da so viele Informationen wie möglich sammeln. Man kriegt wahrscheinlich die meisten dadurch, dass die, wenn dir den Krieg erklärt wird, dass sie sich der Entonte anschließen. Das wäre jetzt mein Verdacht und da hat man da Sicht drauf. Und sobald ich halt weiß, ob die, wie viele Truppen die jetzt haben, also wir wissen, dass die 8 Armeen hier haben und da muss man halt einfach mal durchgucken, wo diese Armeen dann stationiert sind, würde ich dann einen Plan machen und ich denke, je nachdem, wie groß die französische Armee ist, würde ich den so machen, wenn der Deutsche hier reinkommt, nicht eingegraben ist, wenig Cohesion und Supply hat, weil er gegen die belgische Armee gerade gekämpft hat und das Land noch befrieden muss und dann sagen wir mal, ist er mit zwei Armeen hier reingegangen und ich habe als Franzose drei oder vier Armeen hier, dann würde ich tatsächlich reingehen und alles auf aggressiv Distanz machen und versuchen, diese Armee einfach so viel wie möglich zusammenzuschlagen davon und so viel Havoc wie möglich darin zu betreiben und zwar eine Sache, die man dann überlegen könnte, ich bin nicht sicher, ob die Mechanik das aber zulässig ist, ich würde alle Depots hier abreißen, wenn ich das zurückerobere für den Belgier, ich weiß nur nicht, ob man verbrannte Erde als Franzose in Belgien spielen darf, ich bin mir nicht sicher, ob die Game Mechanik das erlaubt, ich bin mir ziemlich sicher, der Deutsche wird die Depots nicht abreißen, wenn er die erobert und ich bin auch ziemlich sicher, der Belgier wird seine eigenen Depots nicht abreißen, ich weiß, man kann seine eigenen Depots abreißen und da denke ich auch, dass man die Belgischen abreißen kann, wenn man denn da Truppen dann vor Ort hat und daher, wenn der Deutsche wirklich einen Großteil der Armee hier oben einsetzt, mal schnell das breit zu machen, hier nur einen kleinen Teil um das pöpö zu erobern, um damit die sich eben nicht hinten anstellen, die Truppen, das ja auch sinnvolle Strategie wäre, dann würde ich wirklich reingehen, den Deutschen Verlust dazu fügen, alle Depots abreißen, die Schienen aus dem Boden reißen und wenn die hier oben dann aus den Niederlanden kommen, den Rest der deutschen Armee, würde ich aber nicht hier oben im offenen Gelände kämpfen, sondern würde mich dann zurückziehen und der nächste Punkt ich würde halt überlegen, dass ich dann Lili so lange wie möglich halte, weil wir ja festgestellt haben, dass das ein Nachschubspunkt ist, hier unten ist halt massiv Nachschub, das würde ich so lange wie möglich versuchen zu halten gegen den Deutschen, weil hier vorne muss er dann die Schienen wieder ausbauen, die Depots aufbauen, die Nachschubswagen, die er bei hat, im Spiel kann man Nachschubswagen mitbringen, wenn man nicht genug Depots hat und nicht genug Nachschub ranbringen kann, aus dem Gründen ich eben genannt habe, weil das nicht da durchgeht am Anfang zum Beispiel und nicht genug Produktion erobert wurde und die Depots abgerissen wurden, dann bringt man die ab durch Nachschubswagen und die müssen halt aufgefüllt werden und die Nachschubswagen kann man dann halt auffüllen, wenn er jetzt schnell zum Beispiel Lili erobern würde, da wird der Nachschub hergestellt, könnte all der Nachschubwagen schnell auffüllen, auch wenn die Backline noch nicht wieder aufgebaut ist und könnte halt dann direkt weiter vorrücken und das verhindern würde ich halt so lange wie möglich versuchen Lili zu halten, aber nur eben, wenn nicht da drei Armeen der Franzosen stehen und dann irgendwie sieben Armeen der Deutschen hier, da würde ich halt von Anfang an, auch wenn ich jetzt hier gleich angreife, würde ich hingehen und würde hier mindestens einen immer zurücklassen, der regelmäßig die Festungen, die Gräben weiter aushebt und wenn ich mich dann zurückfallen lasse, lasse ich mich halt in den vorbereiteten Graben zurückfallen, das wäre so da meine Idee, plus bei den Bewegungen hin und her verlebt man ja Cohesion, da würde ich auch hingehen und würde die Verteidiger, würde gucken, dass hier viel Adler ist, weil die besonders stark ist in der Verteidigung, wenn die eingegraben ist, ich kriege da einen Range-Vorteil im Kampf, würde ich auch hingehen und gucken, dass die auf aggressiv gestellt sind, dass die verteidigen, wenn die sich zurückziehen in den Graben hüpfen, dass die auf passiv eingestellt sind und den Kampf erstmal aus dem Weg gehen, bis die Cohesion hochgenommen haben und die Verfolger haben ja auch wenig Cohesion, die treffen aber dann eben auf starke Cohesion-Truppen mit Artillerie, die Range-Vorteil hat. Das ist glaube ich, wie ich das aufbauen würde, also flexible, flexible Defense, schon das falsche Wort, flexibler Angriff meinetwegen, so würde ich das aufbauen und dann würde ich aber bei der Somm schon die nächste Defense-Linie ausheben, hier in dieser Linie wahrscheinlich, wo ich mich als nächstes dann einen eigenen Rahmen zurückfallen lasse, aber das würde ich so lange wie möglich halten und wenn ich das Gefühl habe, dass die kaputt gehen, dass die das erobern, das muss man halt ein bisschen abschätzen, wann genug Truppen kommen, also wenn man hier vorne auf einmal die 5, 6 Armeen sieht, dann ist das nicht so gefährlich, weil die haben sich ja gerade hinbewegt, haben keine Cohesion und wenn sie dahingehend haben wir noch weniger Cohesion, können die nicht angreifen, aber dann ist es der Zeitpunkt, die Schienen abzureißen, das Depot zu vernichten, was da vor Ort ist und dann sich weiter zurückzuziehen hinter die nächsten Linie mit der Eisenbahn, zack, zack, ne? Das ist dann glaube ich sehr, sehr wichtig. Dass ich die Verteidigung der Franzosen ja aufbauen würde, das wäre eigentlich meine Strategie und ja, drei Linien tief halt, quasi hier die erste, zweite, dritte und die erste ist aber eher so eine mobile Hüpftruppe und die wird auch nur, die tiefe Linie wird nur hier aufgebaut. Hier unten kann man auch überlegen, ob man Kriegsschiffe hinstellt, die großen Flüsse könnt ihr glaube ich mit Kriegsschiffen arbeiten, also nicht Kriegsschiffe, sondern Flussschiffe, ich glaube aber nicht, dass sie besonders viel machen, ich glaube in diesen kleinen können die nicht rein, das ist kein Sektor, aber die zählen als Sektoren, wer so wollte, das Wassersektoren. So, das ist der erste Teil Frankreich, hier vorne, ja, einfach verteidigen. Hier ist ja schon ein Fluss und hier ist auch unwegsames Gelände und alles ist ja ein Traum, also ich würde hier einfach nur eingraben, ganz klassisch. Die Frage ist halt, wie weit man hier vorne bei den Andenen, wie man sich hier eingraben will, da bin ich mir nicht, es ist halt wieder die Frage, wie der Gegner vorrückt, also hier vorne das gleiche Spiel, der kann eigentlich nur sinnvoll über wo Schienen sind vorrücken und wie viel Nachschub kann er da hinbringen und bla bla bla. Ich denke mal, die Gefahr ist relativ gering, also Luxemburg könnte wahrscheinlich auch einen nehmen, weil wenn er von da nach da angreift, man kenne Schienen ist am Arsch, wegen Nachschub transportieren, Verschärkung transportieren, was nicht alles. Also ich denke, ich würde am Anfang mich schon hier einbuddeln, würde aber auch hier schon die zweite Linie eingegraben haben, und ich nicht zurückfallen lassen kann. Das ist ja ganz wichtig. Wichtig hier ist wahrscheinlich, wenn man nicht durch das Gebirge nicht zurückfallen lassen will, muss man halt diese Schiene halten, bevor man das aufgibt, sonst ist man gearscht. Hier unten die gleiche Geschichte so ein bisschen. Also oben würde ich ganz klar aufgeben an den Seiten, das ist egal. Die beiden Fours, da würde ich tatsächlich überlegen, ob man da nicht Truppen reinpacken kann, das so lange wie möglich zu halten, müsste man dann überlegen, was da eben steht. Ja, das wäre die Frankreich-Verteidigung. Die britischen Truppen, die dann sehr schnell dazukommen, kann man halt überlegen jetzt, weil die mit der Flotte auch flexibel einsetzbar sind, ob man die halt hier zusätzlich dazu packt, oder ob man vielleicht hinten wann macht, weil das war jetzt meine nächste Idee, dass man in Deutschland, das ist ja eine Riesenküste, die sind glaube ich zwar alle vermint, aber das ist kein Riesendrama und die deutsche Flotte ist tatsächlich, das ist ja kein Verhältnis wie im Zweiten Weltkrieg, wo die deutsche Flotte gar keine Chance gegen die Britische hat, aber es ist schon so, dass man die hier trotzdem nicht gegen die Briten einsetzen will, die deutsche Flotte. Aber wenn die britische Flotte sich hier halt kohesien erschöpft, dann in eine Mine hüpft und dann die deutsche plus die österreichische Flotte, die hier abfängt, dann kann das tatsächlich wehtun, von da muss man dann ein bisschen vorsichtig sein. österreichische Flotte, fährt die vielleicht gerade hier hoch, geht das, kann die das, macht die das, wo ist die, das würde ich auf jeden Fall abklären, bevor ich die eigene Flotte massiv einsetze und dann würde ich halt überlegen, hier die Minen zu räumen an der Küste und würde dann überlegen, inwieweit man hier Hit and Run durchführen kann und zwar die britische Idee, die ich hätte, wäre, wenn man hier in der Küste, von hier bis dahinten meinetwegen, wenn man hier die Minen wegräumt, so dass man deutsch auch sieht, dass die weg sind und dann die Option hat, überall zu landen, dann würde ich auch überall landen, weil der Deutsche hat keine perfekten Informationslagen, es ist ja nicht so, dass wir das funken, dass da ein Kavalerist gelandet ist, das heißt, der Deutsche weiß nicht, wenn man hier landet, ist jetzt hier ein Infanterist gelandet, ein Kavalerist, eine gesamte Armee, was ist da genau gelandet, das weiß der ja nicht, man kann die vom Wasser auch versorgen und da würde ich schon hingehen als Brite und würde das nutzen und würde überall Landungen durchführen, er muss auf jede Landung reagieren, weil sonst die Schienen rausreißt, die Depots abreißt, eine verbrannte Erde macht, man die Truppen, da werden ja auch mal hier eine Adlere hergestellt, da mal eine Adlere hergestellt, hier ist ein Offizier, der mit der Eisenbahn hier rüberfährt, kann man abfangen, also ich würde halt, die gesamte Kavalerie der Briten würde ich halt verteilt über landen und dann ins Landesinnere vorstoßen und ich würde wahrscheinlich verteilt auch mal ein oder zwei kleine Armeen landen, einfach, dass mir der Gegner weiß, ich habe nicht nur Kavaleristen gelandet, sondern eben auch, bin hier mal resten, das ist der Gegner, dass der Deutsche wirklich hier Truppen abziehen muss und muss dann die Küste verteidigen, ich würde ihn mal wirklich zwingen dadurch, Küste zu verteidigen massiv, ich glaube, man kriegt auch, das war zum Beispiel Civil War so, man kriegt, wenn man Schienen abreißt, kriegt man hier diese War Materials, War Supplies, ich weiß nicht, ob das hier auch so ist, müsste man aber hier auch kriegen, das ist ein gewissen Grad, von daher ist das sogar auch ein bisschen Einkommen generieren, ja, Depots abreißen, die müssen dann nachgebaut werden, das würde ich auch alles machen, man muss halt hier nur ein bisschen gucken, also diese ganzen Festungen, ich glaube, das sind halt Festungsbatterien, wenn man hier die Flotte hinstellt, dann können die die Flotte bombardieren und dann wird es halt teuer und Schiffe sind sehr teuer, also eventuell würde ich als Britte überlegen, diese Ecke hier vielleicht zu überspringen, weil die besonders stark verteidigt ist und dann, ich glaube, man kann hier oben durchfahren, hier vorne erstmal die Küste zu harassen für den Anfang, das wäre so mein Plan, eventuell kann man auch überlegen, dass man hier landet mit, weil wir wissen ja vom Nachschub, die deutsche Armee muss hier durchlaufen und sie wird wahrscheinlich auf breiter Front hier durchlaufen und wir wissen, dass hier unten die, das ist zu klein für die, das heißt, die will auf jeden Fall Maastricht haben in der zweiten Schiene, aber da haben die immer noch das Leech-Problem, also wahrscheinlich wird er halt bei Breda, das ist halt der andere Keypunkt, also Leech und Breda sind halt die einzigen Connection Points von Osten nach Westen, wenn man so möchte und da würde ich halt schon überlegen, dass man als Britte hier oben, weil da auch nichts vermint ist, dass man eventuell, sobald die deutsche Armee hier fertig ist und hier vorne durchgeht, die wird ja da nicht viel Garnison zurücklassen, dass man hier landet, um schnell bei Utrecht, Breda, vor allem bei Breda halt, dass man so schnell wie möglich hier die Schienen rausreißt und dann hat der Deutsche nur noch den halben Supply auf einmal über, der da durchkommt, kann die halbe Munitionsvorräte, so das würde ich auf jeden Fall auch überlegen, aber ich würde höchstwahrscheinlich hier vorne diese Festung Helgungsland, diese Umgebung hier, die würde ich wahrscheinlich erstmal ignorieren, ist auch kein attraktives Gelände, auch wenn man hier durch will, mit Kavalerien sind hier überall kleine Schiffe auf dem Wasser, die auch problematisch sind, plus die, man kann auch hier Truppen halt schnell transportieren als Deutscher durch die Wasserlinien, ja, das würde ich halt mit zweimal überlegen, ob man hier landen möchte. Ja, das wäre im Grunde genommen meine Idee für die ersten Kriegsmonate, wie gesagt, man könnte jetzt wahrscheinlich noch eine ganze Menge diskutieren hier, aber wir gucken erstmal, was denn die drei Spieler jetzt die nächsten Wochen durchführen, ich weiß nicht, wie schnell die da spielen, ob die jeden Tag eine Runde machen, vermute mal alle drei Tage eine Runde ist das Maximum, was man hinbekommt und da wird das sehr langsam vonstatten gehen und da können wir immer weiter gucken, was die Lage ist und da reingehen, ich werde wie gesagt nicht bei den Central Powers reingucken, weil ich will mir das selber auch nicht spoilern, aber will auch nichts für andere so spoilern und da gucken wir uns, wie die Lage entwickelt, wie die sich aufstellen, wie gesagt, im Moment der Plan ist, dass der Franzose hier die Linie hält, hier vorne will Tortuga, wenn ich es richtig verstanden habe, möchte der vorrücken, um hier Druck auszuüben, genau wie der Russe hier vorrücken, Druck auszuüben, der Österreicher wird hier vorrücken, um Gegendruck auszuüben und der Deutsche hat halt den Schliefenplan und wird hier durchgehen, um das Spiel zu gewinnen, das ist zumindest die Idee wahrscheinlich, das sind die Sachen, die wir im Moment wissen oder die ich glaube zu wissen, weil ich halt die Formation auch nur vom historischen Gamer und Tortuga-Power habe und da bin ich mal gespannt, wie die ersten Kriegstage sich entwickeln, viel hängt halt auch von ab, wie die die Regeln eingestellt haben, wenn die zum Beispiel die Regeln nicht eingestellt haben, dass wenn viele Truppen durch einen Sektor gehen, dass sie sich gegenseitig blockieren im gewissen Grad, dann ist wahrscheinlich auch Niederlande keine, nicht unbedingt eine Ecke, die der Deutsche erobern muss und dann kann der Britte hier auch keine Backline-Landungen durchführen, also es hängt auch ein bisschen von den Regeln ab, die die eingestellt haben oder mit dem Aktivieren der Einheiten, was haben sie da eingestellt, wie schwer ist das Aktivieren der Einheiten, wenn die jetzt das Schwierige, wenn die Einheiten nicht schwer aktivieren, dann hat der Deutsche einen Vorteil, weil die besseren Generäle im Early Game hat und glaube ich auch Ereignisse dafür und die haben die Analyerten halt nicht, die Entente, also es hängt halt viel von den Regeln ab, dann müssen Sie nochmal reingucken, was sie da eingestellt haben, ja, ich freue mich auf jeden Fall schon mal richtig drauf zu sehen, wie die drei das machen, da sind ja drei sehr motivierte Gamer, Strategie-Gamer mit verschiedenen Mentalitäten, also ich glaube, Tortuga und XTRG, die kann man so ein bisschen vergleichen, die sind ja beide diese sogenannten Min-Max-Leute, obwohl Tortuga Coward glaube ich noch ein bisschen mehr Hardcore ist als XTRG, XTRG dafür hat natürlich mehr Spielerfahrung, der spielt massiv mehr, habe ich den Eindruck und Historiker-Gamer, der ist halt eher so, der sich die Geschichte anguckt, der ist gar nicht Min-Max, aber das passt glaube ich auch ganz gut dann von der Mentalität rein in die ganzen Sachen, obwohl eigentlich, ich glaube, Tortuga Coward müsste dann der deutschen Amil dienen, aber trotzdem, das passt glaube ich sonst insgesamt ganz gut, sehr aggressiver deutscher Spieler und ein Russe, der noch nicht so viel Ahnung von der Game-Mechanik-Krieg hat, ich glaube, dass das eine schöne Sache ist, ja, dann gucke ich mal die Tage, halt euch vielleicht auf einem Update, wenn euch das interessiert, aber ihr könnt natürlich auch bei den Jungs reingucken und wenn ihr Fragen zu dem Spiel in Game-Mechaniken habt, soweit ich halt weiß, wie die gehen, kann ich das gerne mal noch erklären, ich finde immer, die Anleitung war nicht so aussagekräftig, unglücklicherweise bei vielen Sachen, wie weit fließt wirklich der Nachschub, dreimal Pull steht in der Anleitung, wie weit ist ein Pull, Fragezeichen, 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 aber die Sachen, die ich weiß, kann ich gerne weitergeben, wenn ihr auch Interesse an dem Spiel habt, ich finde es auf jeden Fall sehr gelungen, das Spiel vom Umfang und alles, ich habe es ja damals hauptsächlich eingestellt, weil die KI-Runden brauchten irgendwie 10 Milliarden Jahre, wo war ich denn da, ich weiß nicht, irgendwie 16 oder wann habe ich aufgehört, das war einfach unspielbar wegen der KI, wie ich fand und die Taxi-Tiefe ist tatsächlich nicht so hoch, auch wenn es sehr komplex ist, was auch nochmal ein bisschen demotivierend war, aber ich glaube im Multiplayer gibt es noch ein paar mal mehr Optionen und ich freue mich schön schon darauf da reinzuschauen, so, bye bye.